Moins auf einmal Reloads, mein Name ist Sonic und ich herzlich herzlich willkommen auf Rapsplay. Wir sind immer noch in der ersten Aufnahmesession und haben immer noch keine Ahnung was hier abgeht, auch wenn das jetzt hier schon Folge 4 ist. Oh warte, ich muss schon mal gerade auf die Couch setzen, alles rückrücken, ey. Richtig anhafti der Tim, richtig anhafti. So, in letzter Folge sind wir stehen geblieben bei diesem komischen Dingsbums da. Egal, ich laufe einfach mal dahin. Wir müssen so Einsatzdaten irgendwie uns schnappen und damit kann man dann irgendwas starten, was auch immer. Das finden wir noch irgendwie raus. So, wir sind das hier. Irgendwelche Boys. Explodierende Boys. Okay, ich bin am Nachladen. Ich würde ja gern treffen, mal die Waffe verziehen zu scheiße. Oh man. Okay, hier ist zwei Frontenkrieg, oder was? Hm. Ja, alter. So. Alter, wie viel Schaden machen die denn? Nee, das gibt's doch gar nicht. Ja, wie kann der hier hinwerfen von da? Hatten wir gesehen, wie der geworfen hat, Alter? Wie so ein Depp. So, wer ist denn das? Einmal Scan raus. Schön. Oha. Ist da noch so ein Typ? Der ist doch schon klinisch tot gewesen. So. Ah, wieder so ein Ding. Wieder so ein Ding. Oh, ich werd vergiftet, oder wie? Ach. Greift nix mehr. Oh, der ist explodiert. Häufig. Der auch. Sehr geil. Fuck. So, jetzt muss man schon rüberkommen. Oh. 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 Ich bin down. Alter. Fuck, 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 fuck. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Kannst du mich retten? Alter. 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 Ich bin tot. Boah, Mann, Alter. Boah, Mann, Alter. Boah, Alter. Kannst du nichts machen, Alter. Ey, warum bin ich denn jetzt weg? Ich hab gar nichts gedrückt. Ey, wie viel hauen denn da auf mich drauf, Alter? Alter, ist das lustig, ey. Ja, übertreibt, ey. Oh, Mann, okay, ich probier irgendwie zu dir zu porten. Ja, ja, jetzt laufen wir drei mit nem Knüppel nachher, Junge, und zwei mit nem Flammenwerfer, oder wat? Alter, was da abgeht, ey. Richtig üble Quieselerei. Richtig, richtig üble Quieselerei. So, hallo, Ebims. Du, ich habe aber überlebt. Ich find hier lila Zeug. Kann ich nicht abknallen. Oh, Mann. Komm schon. Oh, wir haben's geschafft, war doch einfach. Ich hab ne weiße Wanderjacke gezogen. Das ist echt so, ey. War mega einfach. So. So, und was für ein Safehouse wissen wir jetzt? Hä? Da steht Einsatz geschafft, zurück zum Safehouse. Naja, dann lassen wir da hingehen. Ähm. Ich kann's kaum erwarten, die Beine hochzulegen und ne Pause zu machen. Die Beine... Auf geht's, ab geht's! Bin ja mal gespannt, was wir jetzt dafür bekommen. Wahrscheinlich gar nix, Alter. Ja, irgendwas wird's schon geben. So, hier ist jetzt die Einsatztafel. Einsatz abgeschlossen. Ne AK hab ich bekommen, Wert 182. Und 5 Zieldaten hab ich auch bekommen. Oh, ja, ich auch 5 Zieldaten, lecker. Okay. Sollen wir jetzt mal gucken, was wir in der Base mit den Zieldaten machen können? Warte mal. Ja, da kannst du auch nicht so nah nehmen. Man kann Widersuchen und Zerstören annehmen hier. Spielersuche. Ja, ich porte mal dahin und dann guck ich mal, was man damit jetzt anstellen kann. So, Operationsbasis. Dann haben wir hier das Terminal. Okay, dann gehen wir mal... Bereich wählen, Hub, Underground. Erforderlicher Einsatz nicht abgeschlossen. Ab. Okay, ich telepotiere mich mal zum Hub. Und dann wird mal gecheckt, dass da abgeht. Ich bin auch mal gespannt, was ihr hier für Kommentare für uns habt. Wie gesagt, das ist jetzt immer noch die erste Aufnahmesession, deswegen konnte ich bis jetzt noch keine Kommentare lesen. Weil ich ja quasi erst am Zocken bin und noch nicht hochgeladen habe. Aber dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie eure Tipps so sind, wo man hin muss, was man machen kann und sowas. Oder vielleicht habt ihr auch gar keine Ahnung, wollte ich das selber einfach nur reinziehen. Aber ich schätze mal, der Nico wird sich damit ein bisschen intensiver befassen, weil der sowieso nichts anderes zu zocken hat. Fertigung. Verlassen des sicheren Bereichs. FIFA zählt nicht, Nico. Nee, FIFA zählt überhaupt nicht. So, was gibt's denn jetzt hier? Es stehen jetzt Agenten rum. Fertigungsstation ist hier. Kann ich mir hier was fertigen? Blaupause Vektor. Blaupause Maske des Stürmers. Wert 182. Ich habe ja schon so eine Maske des Stürmers. Blinde Taufe, Impulsgeber, kritische Treffer-Chance. Garnitur-Bonus 3. Ich bräuchte noch eine Maske. Blaupause. Nieschoner des Stürmers. Wert 182. 182. Habe ich ja schon. Okay. Na dann. Was gibt's hier noch? Was ist hier? Spezieller Blaupausen-Händler. Waffenset Waffenteile. Alter, weißt du wie viel... What? Phoenix Credits für einen so eine Blaupause für eine Super 90 oder ACR oder so. 1000. Einfach 1000. Für 256er Sachen. Für eine Blaupause oder was? Ja, man. Aber gut, warum soll ich mir was schlechteres kaufen, wenn ich mir die guten kaufen kann? Weißt du? Also muss man dafür sparen. Okay. Sparen wir da drauf. Sparen wir wie Ferkel. So. Und hier oben ist jetzt... Was ist das hier nochmal? Verbesserungsstation. Alles klar. Und wo gab's diese Missionen? Hier. Officer für wöchentliche... Hochrangige Ziele und wöchentliche Ziele. Komm, wir machen erstmal die wöchentlichen, oder? Castro. Aber da braucht man 20. So, was haben wir hier? Hier braucht man 5 Moa, Ausbruchsteam. Wie viel habe ich denn? 12. Ascheputtel. Schwierigkeit. Das ist hier... eine Zweierschwierigkeit. Ein 182er Ausrüstungsobjekt und zwei... Und... Warte mal. Also es ist eigentlich besser, wenn man... Wenn man zwei Einser macht, dann kriegt man auf jeden Fall mehr Phoenix Credits raus. Aber hier kriegt man ein 182er Ausrüstungsobjekt. Und für 15 kriegt man ein Ausstattungsobjekt, also Ausstattungsgarnitur 182. Und 30 Phoenix Credits. Und ein Ausrüstungsobjekt. Wenn man einen Dreier macht. Okay. Ich würde sagen, ich gucke mir das erstmal an und mache ein Leichtes. Da kriegt man ja auch gut Sachen für... Wir machen jetzt mal Moa, Ausbruchsteam. So, Ziel akzeptieren. Ziel erfasst, Moa, Ausbruchsteam. So, und jetzt gehe ich mal auf die Karte. So, da müssen wir jetzt hingehen, oder was? Ja, wo ist das denn? Das siehst du direkt auf der Karte. Was ist das für ein Auge? Einsatz. Generalversorg... Achso, das war die letzte Mission. Ich sehe das aber nicht auf der Karte, oder bin ich blind? Doch. Wo denn? Moa, Ausbruchsteam. Wo denn? Guck doch mal, Alter. Es ist doch mit so einem gelben Dingel gekennzeichnet auf der Karte. Ausbruchsteam. Okay, dann müssen wir einfach... Dann gehen wir hier hin. Safehouse, Last World. Safehouse, genau. Okay. Blitzreise bestätigen. Dann bin ich mal gespannt, ob das schwer ist oder ob das... Also, ich habe jetzt ein leichtes gemacht. Hast du das jetzt auch mit angenommen? Ja. Und hast du jetzt auch Punkte dafür ausgeben müssen? Das weiß ich nicht. Wäre ja dann auf jeden Fall von Vorteil, wenn man das in der Vierergruppe macht. Oder halt wenigstens zu zweit, wenn... Aber wenn halt alle die Punkte dafür ausgeben müssen... Dann ist es natürlich auch egal. Also wenn es für jeden was kostet, dann kann man es ja auch alleine machen. Und man könnte halt so ein bisschen sparen. Ey! Oh Mann! Ich drücke doch Kreis! Hier sollst du hochklettern. Okay. Boah! Ausbruchsteam. Boah! Kann man nicht über Müllsäcke klettern. Das scheint mir ein bisschen höher gelegen zu sein. Boah! Ein Vogel! Hallo Vogel! Bird! Oh, hier drüben liegt noch ein Handy irgendwo. Ein Handy, was vor Blenden tut. Was? Warte mal, ich muss noch gucken. Ich habe gesehen, dass der Typ von Zockerfakten jetzt auf Websplay vertreten ist. Ja. Bester Mann, oder? Ich glaube, es ist voll der Behinderte, ey. Hey, großer Bruder. Hier ist Joe. Ich, äh... Vanessa ist tot. Oh, Vanessa ist tot, Tim. Das muss wohl das Schlimmste sein, was ich je gesagt habe. Das war das Schlimmste, was ich je gesagt habe. Vor einem Monat saßen wir zusammen im Kurs Vergleichen der Literaturwissenschaft. Heute Morgen... Gott, wie schnell das alles gegangen ist. Ist irgendwo oben. Ich weiß nicht, wo sie ist, Danny. Oder was sie mit ihr gemacht haben mit ihrer... Hier ist ein Seil. Warte mal, da liegt noch was. Brücken, Tunnel, alles ist gesperrt. Aua, ich werde abgeschossen. Aua, 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 aua. Bitte sag Mama, dass es mir gut geht. Stimmt zwar nichts, aber immerhin bin ich nicht krank. Ruf mich an, bitte. Aua, ich kann mich nicht ducken. Wir bräuchten sowas wie ein Battle Royale. Mit Messern und Keulen und so. Wie Gladiatoren. Aua, guck mal, ein Wochenziel habe ich erreicht. 40 Kopfschüsse. Haha, wir sagen ihm, wir lassen den Sieger frei. Wer die meisten Schweine umlädt, 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 Wer dich blöden gegen Gefängniswärte? Und dann, wer alles seine Kumpel umgelegt hat, Sperren wir ihn wieder ein. Für die nächste Runde, eine ganze Saison lang. Verstehst du, was ich meine? Wie so'n Kampf? Markierte Position in der Nähe. Wow! Alter, verrückter. Noch einer. Überall verrückte. Feinde in der Nähe, Insekte. Ach, wir sind wieder hochgekommen, Alter. Ich bin geflogen mit meinem Jetpack. Ich muss Jetpack skillen. Hier ist ein Seil, Tim. Wir sind doch eben an einem Seil vorbeigegangen. Aber ey, die Gegner sind voll low. Oh, die können ja gar nix. Oh, hier kommen ganz schön viele, die gar nix können. Dahinten lebt nur einer, der Dropper ist lilanes. Schwer gepanzerte Feind entdeckt. Schwer gepanzerte Feind entdeckt. Schwer gepanzerte Feind entdeckt. So, okay. Ist das lilanes? Ich bin voll, glaube ich nicht. Wer ist denn der schwer gepanzerte Feind? Da ist Moor. Ich bin dir. Jawoll. Brauch dich. Wir bleiben die Gegner aushalten. Warte, ich bin mit dem Sniper. Ach so, warte. Ich setze hier ein Kästchen hin. Danke. Warum zeignt der sich nicht jetzt? Okay. Das war's. Ausbruchsteam. 17 Phoenix Credits. Okay, das ist ja sehr leicht, wenn man das auf leicht macht. Also die leichten kann man sich sparen, oder? Ich hab grad ein Holster bekommen. Ein Z-Holster. Wie? Finale Maßnahme. Was ist denn für ein Assi? Okay. Ah, das ist aber für Tank, sehe ich gerade. Das ist ja scheiße. Hehehe. Hehehe. Gut. Ja, das war jetzt kacke hier. Ähm. Was machen wir jetzt? Sollen wir da die Mission... Guck mal, hier ist ein Einsatz. Jetzt kommen wir, machen wir mal. Sicheres Quarantänezentrum. Das ist ein neuer Einsatz, so wie es aussieht. Machen wir jetzt. Okay, ab nach Tenderloin. Aber einer wird vermisst. Quarantänezentrum. Das machen wir jetzt. Neuer Einsatz. Mhm. Ich teleportier jetzt nach Mietlocker. Und... Von daraus ist es ja direkt um die Ecke. Um Zweieck. Keine Ahnung. Achso, jajaja. Okay. Aber erstmal muss die Uni erfüllen. Weiß nicht, wie schwer die Mission wird. Ich bin sicher. Ja, ich fahrg mich gleich direkt zu dir. Ja. Uptown Girl. She's a living in the Uptown Girl. So. Bin on my way. Warte mal, ich muss mal gucken, wie ich da hinkomme. Safe House. Im Quarantänezentrum in Tenderloin treffen. Wir haben... Warum kriege ich nicht so ein Ding angezeigt eigentlich? Warte mal. Und es sieht aus, als hätte diese Person einen Sprengsatz gebaut. Wir brauchen ihre Hilfe bei der Unterrichtung. Ah, okay. Ich hab GPS ausgehabt. Hab ich wieder angemacht. Ich wollte nicht, dass man mich orten kann. Kannst du dich zu mir porten, übrigens? Das ist klar. Bin jetzt hier direkt davor. Ich warte auch auf dich. Captain Benitez. Wir haben eine improvisierte Bombe gefunden. In so einer Art Tunnel. Wir glauben, so ist sie entkommen. Ach, hier sind Typen. Okay. Wow, Alter. What the fuck. Ich hab mich voll erschrocken. Junge, Junge. Wo bist du? Ich bin halt über die Blitzreise. Und bei mir stehst du schon hier. Alter, hier ist grad das Haus in die Luft geflogen, Junge. Und wir müssen da jetzt rein. Komm, wir gehen rein. Also egal, einfach rein hier. Oh fuck. Okay, kommst du. Keine Lebenszeichen entdeckt. Ja geil. Geil. Da geh ich nicht rein. Ich leute da drin. Um Gottes Willen. Quarantänezentrum. Rikers sind auf dem Weg zu Ihnen. Ich seh eine Bande Rikers, die in ihre Richtung kommen. Schwer bewaffnet. Das ist kein Gottverdommter Zufall. Passen Sie auf sich auf da draußen. Ich treff nix. Hier wackelt alles. Stirb. Arschloch. Oh, was Lilian ist. Da ist noch so ein Boy. Oh, ich seh nur deine Schulter. Echt hässlich. Die hässlichste Schulter. Oh, Schulter der Welt. Andere Seite Tim, andere Seite. Mhm. Wenn es den nicht die ganze Zeit wackeln würde wegen den Explosionen, könnte ich ja auch was treffen mit meiner Sniper. Alter. Alarm. Weitere Gegner unterwegs. Au, 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 au. Andere Seite. Alter, ist aber schon knackig hier. Ja, ist ganz geil eigentlich. Momentan. Oh, fuck. Aber ich würde bevorzugen, wenn wir dann zu zweit erstmal Borderlands... Alter, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Du musst mir helfen. Erstmal Borderlands durchzocken und dann, wenn wir zu dritt sind, am besten hier das spielen. Oder so. Willst du mich retten? Oder? Ja, ja. Schnell, schnell, schnell. Eine Sekunde, eine Sekunde. Egal, kannst mich trotzdem retten, glaub ich. Hinter dir steht ein Typ, der tötet dich grad. Alter. Geil. Ja, hat ja nicht funktioniert. Ja, und jetzt beobachtet zurück. Was kann man machen? Ja, nix. Siehste, hätt ich nicht machen dürfen, ey. Ja, sag ich ja. Das schnelle retten geht ja schnell, aber das andere dauert zu lang. Was willst du mit Borderlands? Was? Das fände ich auch grad ein bisschen chilliger, ey. Borderlands hat gestern richtig Spock gemacht. Ja, das war echt lustig. Ja. 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 Ja.